Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde LOL, ich als Ash und der Mörser als, äh... Olaf! Olaf, danke! So, dann geht's ab und wir haben auch zwei Abonnenten dabei, nämlich den Cyberdose234 und den Schnitzel Forever. Den, den kenne ich irgendwo, den Schnitzel Forever. Ja? Ja, ich glaube, der war schon mal dabei. Ist, glaube ich, den Veganer auch, ne? Ja, der eben, deshalb. Den kennen wir doch. Okay, boah, der letzte Block, LOL aufnehmen, so, liegt irgendwie so lange zurück, so, ne? Jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen Routine rein. Ja, stimmt, ey, wir haben eine lange Pause gehabt. Ja. Aber die braucht man ab und zu mal und dann macht's wieder noch mehr Spaß irgendwie. Eben. Aber ich darf nicht so weit vorne stehen, am Anfang. War so ein bisschen die Luft raus, zeitweise, bei mir. Ja, bei mir auch, deshalb hab ich's ja auch unterbrochen dann, weil, ne? Video machen, ohne dass ich das gut finden, ist ja blöd, ne? Eben, man muss auch Spaß haben. Eben. Oh, keinen getroffen, bei und dem Kragas. Jawoll! Bam, down! Äh, 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 äh. Das riecht nach wohin, das riecht nach wohin. Jetzt schon so, ne? So. Ich hab einfach Entzünden abbekommen, oder sowas, ey. Ja? War ziemlich krank. Ja, ich hab Entzünden drauf gemacht und ich glaub irgendeiner auch noch. Soll ich... Oh, ich slow ihn auch. Schade. Nicht so viel gebracht. Aua. Ich kann auch bis zu slow in meiner Axt. Ja. Musst du die eigentlich mit ihm aufheben wieder? Ja, ne? So war das, ne? Ich kann die aufheben und dadurch bringt sich die Abgangszeit. Ah, okay. Na, nice. Jawoll. Jetzt geht's los. Ich hätte ja gerne mal wieder ein unter 10-Minuten-Spiel. Hab ich nur einmal erlebt. Das wäre mal wieder cool, ey. Oder Nullerputz mal wieder. Aber das wird, glaube ich... Ich glaube, das wird nix mit Ash. Ja, Nullerputzen mag ich gar nicht so. Ja, also wenn es locker easy dahin durchläuft, dann sind die irgendwie ganz cool, weißt du? Weil die anderen halt einfach doch dann irgendwie zu schlecht gesiedet wurden oder so. Wann kommt der nochmal? Oh. Wann kommt nochmal? Das Hells? Bin ich. Was mach ich hier? Ich weiß auch nicht. Ich war auch gerade irgendwie auf einmal da drin so. Ja, die haben mich alle gevloggt, ey. Oh, komm, Trunnel ist tot. Ich flash mich hier raus. Meinst du, wann das Hells kommt, oder was? Ja, 540, 550. Ne, 310. Ja, ich hab was behalten. Guck mal, hast du schon mal was? Oh, 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 oh. Ich hole mich mal hinten in der Hells. Und der zweite auch noch. Super knapp, ey. Ich glaub, der hat den so geküsst, kurz. Stein, Hook. Dann ging er wieder weg. Pass auf, ey. Okay. Ich slow ihn noch. Oh. Ja, gut. Die mussten alle schon flash, glaub ich, verbraucht haben, äh, mittlerweile. Ja, ne? Oh, ich hab schon 1,5. Gut, sehr gut. Oh, komm mal her, hier. Wie der aber auch reingeht wie so ein Pansen, ne? Ja. Ja, aber der kann ja nicht viel machen, dann. Dann muss er halt, äh, oh. Oh. Oh, oh. Jawoll. Er kann nicht viel machen, er muss dann halt, stehen und ein bisschen was auszahlen, weil dann ist er gefangen und. Boah, er da oben nervt so, ne? Hier ist der Urgott, ey. Der will so hart auf mich drauf. Hä, wie hab ich ihn denn jetzt noch getötet? Steh ich nicht. Tronel geht wieder rein. Alleine so. Oh, scheiße, ich steh zu weit vorne. Ja, Ronald ist halt Tronel. Der eine war so geil, wo ich mit dem Carscrofter gespielt hab, der die ganze Zeit gelacht hat. Ja, ja, das ist schon jetzt ein Spiel, ne? Ganze Spiel. Aber gut, ich mein, das ist ja relativ unterschwellig so, ne? Wenn man's nicht so laut anhat. Ja. Dann geht's auch noch. Oh, da ist Herz für mich. Und nochmal. Das ist schön. Aber was brauch ich denn mal so? 3.800 hätte ich gerne, damit ich mit Infinity Blade starten kann. Oh, oh. Bam. Ah, schade. Hab gedacht, Trash krieg ich die noch. Ja, los geht's. Weiter geht's. Ja, ich bin doch gerade hier schön am Farmen, also. Irgendjemand ist im Busch oben. Jawoll. Jetzt bin ich noch geslowt. Tod ist er. Killing Spree. Hier hast du schon mal was. So. Wer kommt denn als Dix? Meine Ulti wäre ready. Der Urgott wäre doch mal so ein schönes Opfer, ne? Wenn wir ihn noch ein bisschen hier rein kiten. Mhm. Ah, schade. Oh, oh, bin down. Ja. Nachfass sterben wir bei allen anderen. Nee, doch nicht. Oh, 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 scheiße. Oh, scheiße. Ich bin auch gestorben. Ähm, aber ich hätte gerne erstmal meinen Super Triple Bogen hier. Gut, like, weißt du? Ach, Mann. Aber ich habe ein paar coole Items jetzt. Also wird schon mal kein Nullerputz. Und ich glaube auch kein Spiel unter 10 Minuten. Das war jetzt blöd, von Blitz hin zu ziehen gerade da. Na komm, na komm. Schieß einfach mal irgendwas, damit die denken, oh. Boah, habe ich Blitz aber nochmal gerettet. Das hat gesehen. Kann er schön noch einen Grab, einen Stun gleich raushauen, bevor er stirbt. Oh, 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 oh. Jawoll, tot ist er. Die habe ich... Weißt du, warum die nicht auf mich drauf gehen? Die haben mich locker gemacht, die beiden. Schade. Oh, ein paar Heilpötzer. Unbedingt. Jawoll, Urgott abgestaubt. Oh ja, da ist Health. Ah, steht da rum, AFK. Wer? Daniel. Cyberdose. Okay. Ja, danke für den Hinweis, für das Heal gerade. Heal? Ja, hat er gesagt, steht das Heal. Oh, oh, scheiße. Oh, boah. Da hat mich dann Flash mir nochmal sowas von den Arsch gerettet, ey. Ah, gut. Ich halte die ganze Zeit von oben rein und die merken es nicht. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Triple Schuss so schön in die Reihen gehalten, weißt du? Jawoll. Ich bin auf Rampage, Mann. Push it, Baby, push it, Baby. Ich bin dabei. Bist du Baby oder was? Ja, mit Ash, oder? Na gut, Caitlyn könnte es auch sein, aber... Oh, 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 Gott, will mich. Oh, 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 Gott, will mich. Shitst du Forever? Oh, 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 12-Hab, ja, scheiße, ey. Ja, gut. Ist jetzt nicht so schlimm, weil dann kann ich auch mal ein bisschen shoppen. Ah, 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 wat hole ich denn mal? Hm, Mana Regen habe ich jetzt nicht so das Problem. Na komm, Damage und Lifesteal, ne? Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee mit Ash. Ja, im besten Falle schon. So, hoffentlich kommt jetzt irgendeiner blöd rein, weil dann kommt mein Ulti. Pass, die Ultis los. Lass die Ultis los. Die lassen Trunl schon im Stich. Jawoll. Jawoll. Das ist gut, ey. Wenn Olaf umso weniger Energie der hat, desto schneller haut er zu. Ja, genau, stimmt. Wenn alle tot sind, dann auf den Tower zu gehen. Bam, 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 bam. Jawoll, Trash killt ihn noch, oder? Ach, schade. So, jetzt in den Inhibitor. Guck mal, scheiße, fast über 10 Minuten, ey. Wir haben ja vorhin mal nicht gestorben da, so ein paar. Ja, voll assi, ey. Oh, Mann. Ich habe kein Bock mehr, ey. Oh, ich stehe zu weit vorne. Ich stehe viel zu weit vorne. Oh, 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 tot. War klar. So, noch mehr Attack Speed brauche ich. Ich muss voll abgehen. Killing Spreng. Killing Spreng. Ja, du brauchst mehr Damage, ne? Nicht nur Attack Speed. Ja, ja, das ist schon klar, also. Du brauchst mehr Damage. Sagste? Ja, du brauchst mal ein dickes Item hier, das Schwert. Ja, habe ich. Das große Schwert auf jeden Fall. Infinity Edge. Ja, dann gehe ich da jetzt mal hin, stimmt. Ich bin sonst immer gewohnt, dass die Spiele ein bisschen länger dauern, weißt du? Und dann baue ich meistens erst auf voll viel Attack Speed und auf einmal kommt dann böse der Damage, so. Ja, musst du schauen, wenn es so gut läuft wie jetzt, kannst du dir, kannst du direkt eigentlich nur auf Fall of Damage gehen, ne? Und, ähm... Oh Mann, ich hätte ihn auch retten können gerade. So, jetzt moschen wir durch hier. Aber sowas von. Verpiss dich doch, Trundle, ey. Jawoll. So, kommt her. Können alle eine Abreibung haben. Zack. Ja. Kommt eh wieder rein direkt. Ja, ne? Dann kriegt der den ab und den auch noch. Boah, ey. Oh, oh, scheiße. Ich bin gest... Leute, der hat sich... Der hat meine Position... Seine Position mit mir getauscht. Aua, aua, aua. Oh, ich muss hier runter. Jawoll. Oh, 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 Trundle ist hinter mir. Nicht gut. Ja. Oh, Blitzkrank hat einen awesome Job gemacht. Sehr schön. Triple Kill. Kriegst du meinen ersten Penta oder was? Ne, ist vorbei. Sagst du? Das ist vorbei, ja. Boah. Und jetzt hat Platz an seinem Rumfass. Oh, Mann. Ich hätte ja schon gern Penta gehabt. So. Jetzt machen wir es aber lang hier. So, kriegen sie auch noch schön einen drauf. Da, aua, aua, aua. Oh, scheiße, ich habe den Tower. Sehr gut. Ja. Ja, die kommen jetzt aber auch immer alle schön einzeln reingerannt, ne? Versuchen, dich mal zu warten. Ich feuer weiter auf das Ding. Bam, 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 bam. Und GG. Wir haben gewonnen. Da war ein sehr schnelles Spiel, ne? Krass. Biat, schreibt einer unten. Ja, Victory is our. Was? Eigentlich wie immer, oder? Eigentlich wie immer. Also in den letzten, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Spiele oder so verloren. Ja. In der letzten Session. Von den letzten tausend eigentlich, die wir offscreen gemacht haben. Oder drei vielleicht. Ja. Aber mehr und nicht. Außer natürlich die mit den Boombox. Ja, okay. Da haben wir hart auf Fresse bekommen, aber war abzusehen, oder? Mhm. Aber gut. Wir fangen das mal an und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.